Airbrush Step-by-Step, Ausgabe 01.14. Diesmal mit der 48-seitigen Mini-Broschüre für Airbrush-Einsteiger. So starten Sie richtig durch, mit Grundlagenthemen, Tipps und Tricks und ersten Schritten. Und außerdem dabei, Georg Hubert zeigt die Airbrush-Mischtechnik in seinem Artikel Route66. Ebenfalls sehr spannend, Airbrush auf einer Geldbörse. Und natürlich passend zur Winterzeit, ein Custom-Painting-Eishockey-Helm. Wollten Sie schon immer einmal wissen, wie man flammenbrusht? Asbest-Autor Thomas Schüller zeigt es Ihnen ganz genau. In der Reportage Herbie Großenfahrt gibt Andras Batori Einblicke in die Entstehung seines Custom-Jobs. Im Interview diesmal Disney-Illustrator Gerald Mendes. In der Basic-Serie zeigen wir Ihnen diesmal den Metall-Aufriss-Effekt. Klassische Malerei auf einem Spinett. Das Making-Of von Zwonko Strauß. ASBS Ausgabe 01.14 ab dem 19.12. im Handel erhältlich.